hier warte wir müssen hier und ich ja wir haben alle steigte täglich und alles gemacht also heute war er doch nicht in die Elitze wegsprengt ja ich weiß nicht die Geburt der Mannen auf zweier so auch dann ist er Dora jetzt sieht weil er sich nicht hier nicht ich glaube nur hinterher die Fertigke er macht doch gleich so nein er geht es also jetzt mit Leiter Ich komm jetzt hier. Okay. The hell. The hell. Das sieht auch so aus. The hell of Huracan. Geil. Na dann lass mal gucken. Ey, Will, du schubst mich da rein. Oha, geil. Geile Scheiße. Ich hab so viele Sachen. Ach ne, ich auch. Nein, ich brenne. Nein, ich brenne. Aber niemand schubst, ne? Ey, ich sterbe hier. Ich brenne nicht, äh, ich brenne nicht, aber ich überlebe. Ich muss zum Wasser. Ich bin schon weiter zu. Wem kann ich mich teleportieren? Ja, teleportierlich zu mir. Ne, zu mir. Fuck. Hier sind wirklich auch wie in der Hölle. Hier ist ein Feuerlaberin. Laberin, scheiß ich brenne. Fabi, ich bin auch bei dir. Ey, ich bin Feuerlaberin. Ach. Alter, das ist aber geil, ne? Die Passage. Oh. Oh Gott, entweder schreib ich hier. Ja, das wird jetzt noch geil. Oh, scheiße, ich bin. Ja, hier geht's. Und ich bin weiter. Oh Gott. Ey, hier ist so ein Button. Ach, fick doch die Kuh. Ich mach mich nicht tp. Tp, dich zu mir. Nein! Ich brebe es. Ja, ich hab's geschafft. Boah, ich muss immer meine Lieben aufladen. Hast du den Button gedrückt? Ja. Ich muss noch slash tp, meiner und dann einer von euch, ne? Ja. Ja. Hä? 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 Ich muss auch mal den Button drücken, drück mal den Button. Den Button. Butt, drück den Button, drück den Button. Rost an. Drück den Button. Essen, essen, essen. Oh scheiße. Da braucht man eine Packe, hier ist zu dunkel. Ich hab noch einen Notfall-Button. Ja, ja. Wo müssen wir denn hin? Ja, da rein. Rauchen. Ey. Boah. Ey. Ja, jetzt geht's auf. So. Ey, Juri, jetzt. Let the gods, Levi. Was? So, toll, wie sollen wir jetzt da hoch? Ey, jetzt mach mal auf. Geht doch. Ähm, nein, 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 nein. Nicht zu machen. Jetzt zu machen. Was? Du Arsch. Nein, okay. Natürlich bin ich ein Teamkamerad. Warte, müssen wir da jetzt rein oder nicht? Hä? Wer hat den lieber aufgenommen? Hä? Hallo? Ich 100% nicht. Oh, Junge, mach auf jetzt. Wie kommen wir jetzt da hin? Da Uhr nach da oben? Irgendwas steht ihr mit Gott. Warte, müssen wir da lang oder da lang? Gehen wir mal zurück. Oder an einem anderen Weg. Autsch. 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 der doch nicht der Fabian hat nur ne Mama oh ich sterbe was zu essen gebracht nein wir müssten mal so ne Parcours zusammen machen ja Alter ja geh du vor was ist der hell äh Junge nein ich hab keinen Bock zu sterben ok ich sterb doch nicht ah ok dann werde ich warte mal kurz alter verdammt bin ich mal wieder so blick ja wenn ihr könnt ihr mal einmal haben ab aber wir werden nicht jetzt einmal was ist das es ist ein neues Jump'n'Run nein, da kann man doch her oder nicht klar, klar, klar lecker essen toll, schubs alter, das geht, da mich mal schubsen muss ey, schubs ja ja jetzt was er oh, ich war jetzt ich komm mit oh, oh ja nein ah ja, tschau komm, auf den müssen wir dann, hier ist nur Weg zur Hölle vielleicht sollte das das Ende sein, dass wir sterben das soll jetzt schon das Ende sein, dass Herr Nils das kann doch nicht sein, schon irgendwas mit Gott schon irgendwas mit Gott ok klar ich gehe mal dahin wie macht man in anderen Game Mode dass wir da hochgehen Slash Game Mode, denjenigen also den Namen und dann eins ja aber Fabian schiebt nicht Fabian ist nur am Schieben ne, wir müssen nur gucken, ob da was weiteres hinter ist diesen Schalter wo hier ach nee ja dann geht die Tür auf mach nochmal warte ne passiert nix komisch Park doch kommt hier natürlich nach einer Zeit geht Spür auf ja 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 ich glaube hier sollte Wasser runter auf jeden fall geht es hier ein weg nach oben ja ich habe kein game mode wir machen dein name und dann angst name ja alter dein name warum habt ihr mich wieder runter geholt aber so in etwa geschrieben oder game mode game mode jetzt hoch oder was ja hier geht es weiter gib mir auch mal gib mal gib mal hey junge gib mir auch mal fabien gib mal her ich auch mord warte ich mach game mode in super sie mensch mein herr war der italiener aufkommen sollen ja ja ich glaube ich weiß wie ich meine ich hab mal das so ein lp gesehen da hatten die einmal wasser und damit haben die sich hoch gemacht den hatten wir doch ups den hatten wir am anfang ich mach mal diesen game mode weg ich bin aber gestorben ja hier wo und 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 der krepp an und so wer fährt jetzt erst ja ich glaube ich möchte es zügert sich voll auf klar klar das ist mir jetzt ein der dritte dritte auch scheiße wussten wir müssen gewusst wo es ist Bote ... Nein, mein Boot geht ... Hä? Mein Boot ist durch Scholz gefangen. Ich bin mein eigenes Boot. Game Mode. Was steht da? Wow. Game Mode. Oh mein Gott. Ja. What the fuck? Scheiße, leck mich doch am Intern. Nein, hey, warum nicht mein Boot? Sind nicht alle gestorben? Nein. Ey. Ey, Junge, wie das gar nicht mal kaputt geht. Äh, warum? Meist du fachst hier voll rum? Ja, Manns auch. Ich ehre nach vorne und dann wir nach vorne und dann wir nach hinten. Ja, es geht endlich. Fabi! Ey, Junge! Nein! Und runter! Nein, 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 nein da steht wie man bis zu ende nein ich stehe da auch noch was der jungle geht weiter geht weiter hier ist ein dschungel als dunkel man sieht nichts schimmer helligkeit höre ich bin wie hier auf peaceful oder auch jama los strengt ach so dass es dann täglich nein die doch nein das ist so eine unfaire Szene wo auch immer rauskommt ich glaube mal da an niemand wird es schaffen zu langen der Papst und das und auf der wurde hoch jetzt brauche ich keine Ahnung es kann Martin nicht also ich wollte dass mich doch auch da auch klar sieben oder Farbe die Titel wieder nennen nein ich will zurück nur am 7 der Junge ich hab Ruhm ich hab Hunger hatte mal ich es kommt es geht auf sein Kanal und zählt dies leicht seine Videos weil er es schietet Die Tieter sind hier nicht erwünscht. Fabi? Egal, ich sag das jetzt nicht. Ich sag das dir irgendwann. Nein, ich war so weit! Ich war so weit! Weit! Ich hab's geschafft! Ihr fehlt alle ruhig zu mir! Ich war so weit! So weit! So weit! Alter! Alter! Wir sind hier beim Mann! Nein! Ich hab's geschafft, ja! Ich auch! Boah, lass mich mal deinen Platz. Danke. Ich hab's auch geschafft! Ey, ich wollte gerade sagen. So, wo sind wir denn hier? Das ist ja so eine Stadt. Was ist denn los? Hä? Ist das wohl schafft? Was ist denn hier? The Temple of Penis. The Gate of Bläh und Bläh. Okay. Das kommt jetzt auf mich fasziniert. Warte kann aber nicht weiter. Hey, warum tötet ihr mich? Vielleicht war's ja, äh, ein Geselle. So, wohin müssen wir jetzt? Was ist denn hier und hier? Ey, ich schaff's ja. Oh, Leute! Was ist denn hier? Entrum mit dem jemanden? Wo sind wir? Warte! Ein Zombie! Ja, gut, dass du ihn geschlagen hast. Äh, also auf jeden Fall, würde ich mal sagen, wir gehen in den Tempel. Okay. Bloß wie? Wir haben keinen Schalter. Wo ist denn wir die ganzen Schaltern nehmen? Ich check das nicht. Oh, ein Zombie! Ein Skelett! Warte! Boah, hier ist das so. Verpiss dich! Du Arsch! Du Arsch! Keine Manieren. Stieb! Ich hab einen Schalter gefunden. Ich hab' auf! Ja, mach auf! Die Kacke! Hallo, Schatz, Alter. Ja, mach auf! Die Kacke! Oh, ich hab' den Kacke! Einfach mal vordrängeln. Hm. Geh' mal rein, da. Ja, jetzt, guck man, es ist am liebsten. Oh! Moment jetzt! Nein, das mein Kacke ist schon weg! Ich bin hier! Hallo! Alle wollten grad auf zufall losgehen. Gehen wir alle und ihnen will. Okay.